hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren folge overwatch ich bin wieder mal nicht alleine mit dabei ist natürlich der mister helm malzeit und der dutschke weiter mal die man sich einfach so was sie ja heiler die kann heilen mehr das ist aber ganz falsch, hier muss ich eigentlich Bestchen nehmen, wo ich nicht seine Mann habe das sind Free Kills ohne Ende ok, ja, kann ich ja gleich wegschauen ne, ich bin nicht mehr, nur jetzt wenn sie rauskommt ok, ich hab auch meinen Knarrenmann nicht mit dabei, also ich bin doch sie sind doch eigentlich völlig daneben völlig daneben, völlig daneben wenn ich schnell nochmal zurück renne das kannst du vergessen ich tue ich dir nicht 5, 4, 3, 2, 1, Angreifer näher am Segel ha ha ha, lol halten Sie die Wacht auf ah, Mist, ich bin doch ah, gut, jetzt kann ich schon geh weg, du Hund hinter dir hier oh jetzt haben sie mich gehabt ja, ja hm hm ich bin zu einem Verbündeten fliegen go ja, kannst du da kannst du mir zu viel zu so einem Verbündeten krachen da kannst du mir zu viel zu so einem Verbündeten krachen Fahrer down ja, dann von der anderen Seite der K2 hat ihm leider nicht geholfen der K2 hat ihm leider nicht geholfen der K2 hat ihm leider nicht geholfen Mist 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 und fährt die Karre jo, die fährt, oh oh, nicht gut ab dich ab dich ja, Speed wo laufe ich denn jetzt krank hier falsch ja, richtig so, was war noch mal äh, lift, äh, shift ok boah Pass auf, pass auf, deine Bombo gezündet weg, 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 weg oh du spät? ne weg mich doch nicht lass uns mein Zahn zulegen ich komme, ich komme ich komme wieso hält er sich nicht, da der sitzt der Dutschke, drück E kann ich auch selber heilen? weißt schon, weißt schon kann ich ach so, du meinst dich selber ja, ja, kann ich kann ich, kann ich kann ich, kann ich ja, kannst du den fährt doch, wieso fährt denn das? weil er mich hier dran sind der Heiler ist dran der Heiler ist dran der Heiler ist dran, der ist der Heiler hab's mir reingemacht du kannst die werden wir jetzt die sind die oder die das jetzt Ich muss mal kurz hier raus. Okay. Bisschen heilen. Oh, du hast Connection-Sagent. Nein. Lutschke. Du bist schuld. Wir verlieren. Das ist eure Öl. Das ist eure Öl. die stunde hat geschlafen Mist, hab ich fast gehabt noch 30 Sekunden nicht, 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 schieben, 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 nur 3, 2, 1, nein verdammt pass auf jetzt gibt's was auf die Ohren ich fühl mich hier neu alle Regler auf Abschlag jetzt wird's massiv mein Gott weiß ich nicht ich glaube kannst du noch boah ich bin wie wahnsinnig wir müssen mal mit paar DJs rumrennen ich glaube ich könnte fetzen wenn die alle Heilung haben will dir die liebe noch 60 Sekunden ich hab da ein recht gutes Gefühl hier Mist eingekreist wir haben mich ruhig, ruhig, ruhig boah wie lange der aus der DJ hier noch 30 Sekunden noch 30 Sekunden Heilung, Heilung weghalten, 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 weghalten wir haben nicht mehr Zeit wir sind wir sind ja wieder voll ich weiß nicht, Moment es zieht nicht ja verdammt, Verlängerung, warum Verlängerung mach die Verlängerung haben sie es geschafft? ne ne noch nicht oh 17 cm nein check guck der reich zurück zum ab Wahnsinn der Heiler von denen ist super der klebt den Typen am Arsch der geht keinen Millimeter weg der tänzt sich super um den rum rum ich will dir die ganze Zeit immer arbeiten kriegst du nicht down ja ich alleine schaff's aber nicht alle Truppen ne die 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 das was du weißt du ok he ha ha he ne ja 3 Sekunden Geh nach Hause, Typ Mann, der Typ, nein Oh je 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 Ja super Irrsinn, das Ich hab sogar 10 Kills mit der Heilerin hingekriegt, die ist gar nicht mal so schlecht Oh, 10 Kills mit Heilerin, was hier los ist, eh Was? 10 Kills mit der Heilerin Ja, na gut Was? Ich bin gar nicht dabei, eine Frechheit Kein blöder, meiner Meinung nach, aber anscheinend war es nicht gut So, dann verlassen wir mal als Gruppe wieder das Ding, damit der Tutschke reinkommen kann Hm, komisch Ich hab Battle.net Verbindung verloren, deswegen kann er mich raus, ich musste mich nur einlaufen Ja, mach ja nix Ich lade dich jetzt wieder ein und zack, bist du wieder da Ganz merkwürdig Merkwürdig Zack und zack Zack Das sind die ganzen Sheetprogramme Tutschke Das sind die ganzen Sheetprogramme Tutschke Ja Ja Ist schon so Hm So Dann machen wir jetzt mal Schönes Na soll ich nochmal komplett durchziehen mit dem DJ da Unterwegs nach Nepal Ich werde glaube ich erstmal diese Symmetra ausprobieren Die Symmetra? Ich weiß gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir Ob das Die Heels decken Achso Ich weiß es nicht, ich musste nochmal halt ausprobieren Weil ich könnte mal Bestien spielen, hab ich noch gar nicht gespielt Komm, ich spiel mal Bestien Du bist sehr ernst Du hast noch kein Bestien gespielt Nein, ich hab noch kein Bestien gespielt, das erste Mal jetzt Ja Ja, also jetzt hier Seit dem Release Natürlich Da hab ich natürlich Bestien mal probiert Äh, mal schnell gucken Warte, was musst du denn? Q E-Selbstreparatur L-Rekonfiguriert Okay Was noch? Hä? Komm, wird zum Aufklären Ist uns der Sieg sicher Achso, okay Bescheid Du kannst Die Laser an der Wand kleben Ja Erstmal drei Stunden Ja Und dir kannst du jeden geben Ey, angucken, einfach E drücken So Dein Schuss ist entweder ein normaler Strahl Oder mit rechts kannst du ihn aufladen Runde 1 Nehmen Sie den Ziel An Halte die Linie Ich bin doch noch gar nicht da Wie solche Linien halten mich, wenn ich da bin Und was ist Linkskrieg? Linkskrieg denn, wenn du nur im Nahkampf Machst du Schaden Achso Achso Ich hab mich gekillt Okay Ja, ich hab mich gekillt Puhi Ja, der hat mich gesehen. Hat er gut gemacht. Ich komme wieder angewatschelt. Kann man da vor Wochen oben irgendwo rumballern? Hedge da gekonnt, bestimmt. Die sind alle hier rechts außen. Oh, mein Gott. Oh, die Fahrer hat den ganzen rechten Raum vorkommen. Ja, nicht die Fahrer. Ach so, die Schattenweltschutzanlage sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Ja, die ist der ganze Raum nicht voll in der Richtung. Die müssen wir aus Verklierung machen. Clear. Ist komplett gecleared, der Raum. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ich glaube, ich habe alle gekillt, fünf Mann. Also leider nur fünf. Bei dem Angriff. Ein Schiff war das, ne? Anbringen, mach doch hier, anbringen. Doppelkill, Dreifachkill. Jihau. Bei mir war ganz, bei mir war ganz, ganz, ganz Bildschirm voll, voll Messages. Ich habe mit meinem Die, 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 die ganzen Turrets von der gekillt, aber alles voll da draußen. Ach so. Und noch ein paar Leute dazu, irgendwie. Ach du bist gar nicht der DJ. Nee, nee. Hast du ein Schild verpasst? Verpasst mir das Schild wieder. Bitte. Einfach angucken und eh. Ja, wenn ihr hier die ganze Zeit rumlauft. Einfach nur eh-swammen. Eh, 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 eh. Unter dir schwammen. So, Runde 2. Nehme ein, ich nehme den Zielpunkt ein. Ich nehme ein, ich nehme den Zielpunkt ein. Hä? Hä? Kommt keiner. Kommt keiner. Haben die keinen Bock? Oh Gott, die sind eigentlich schon hier draußen. Du bist schon rechtzig. Dch, Affe. Ja, du spielst immer wie hellne Affe. Du hast recht, Affe. Das sind hier. Alles klar. Du sitzt im Weg. Oh, die ist wieder auf den Melefanten oben. Da hat er einen Tore-Dos gebaut. Hol den, du wirst einen Melefanten. Ich habe eine Rechnung. Inklusive Erbauer ist tot. Kommt der Affe wieder. Affe ist fast tot. Affe ist links reingelatscht. Das ist ein Mal. Ja, jetzt nicht reingelatscht. Du bist nicht reingelatscht. Du bist nicht reingelatscht. Wie viele Ladschops und langen kann ich denn bauen? Sechs Stück. sehr gut super runde leckte man ja jetzt könnte gucken wie ich mit dem panzer eingefahren mit was auch ich sag es ja nicht genau das ist ja was auch das spiel der ducke mit seinem Lieber pfui das sah so geil aus sehr schön Ducke Boah Alter das war die ganze Turtles das ist dann noch voll aufgerufen gegangen 2 oder so das hat es gar nicht mehr gezeigt bei mir jetzt von der innen von er enttäuscht ach so ja hier kommen er hat erreicht nicht doch ich würde sagen das war es mal wieder die schönsten Runde mir hat es gut gefallen 20 Stück bestemacht in diesem Sinne bis zum nächsten Mal Aurel tschüss